Ich habe nämlich morgen meinen allerersten Arbeitstag. Ich mache jetzt ein Praktikum als Social Media Managerin. Ich bin vielleicht doch ein bisschen mehr aufgeregt, als ich dachte. Es waren so viele neue Eindrücke, ich muss jetzt erstmal alles verarbeiten. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid und mich in meiner Woche begleitet. Ich weiß noch nicht, wie lange ich dieses Mal mitfilmen werde, aber es steht einiges an. Ich habe nämlich morgen meinen allerersten Arbeitstag, das heißt der Ernst des Lebens beginnt. Und ich bin schon richtig gespannt. Also, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich mache jetzt ein Praktikum als Social Media Managerin für sechs Monate. Und genau, morgen ist mein erster Tag. Ich bin schon richtig gespannt, weil ich habe jetzt einfach die letzten vier Monate sozusagen frei gehabt. Ich habe ja mein Studium beendet. Irgendwie bin ich so überbelichtet, oder? Ich mache das mal hier. Ein bisschen dunkler. Ja, genau. Und habe die letzten Monate ja zu Hause gewohnt, bin jetzt eben nach München gezogen. Und jetzt beginnt irgendwie alles und es ist so aufregend, muss ich sagen. Also, ich bin einfach nur gespannt, aber ich habe auch echt Respekt davor, weil es ist ja immer so, also ich habe ja schon mal ein Praktikum gemacht in Berlin damals, aber irgendwie denkt man sich halt oft trotzdem so, schaffe ich das? Habe ich das Zeug dazu? Also, kann ich die Sachen erfüllen, die der Arbeitgeber von mir will? Weil im Studium, man lernt ja sehr viel, aber das Praktische bleibt ja immer so ein bisschen hinten dran. Deswegen bin ich einfach gespannt und lasse mich einfach überraschen, wie das morgen wird. Und genau, ich dachte mir, ich nehme euch ein bisschen mit. Heute ist deswegen mein letzter freier Tag. Ja, was ein bisschen traurig ist. Aber gut, ich muss sagen, ich bin auch sehr ready dafür, dass jetzt einfach wieder was anfängt, dass ich in eine Routine komme und dass ich mal wieder so einen Sinn in meinem Leben habe. Weil in den letzten paar Monaten hing ich schon sehr oft in den Seilen einfach nur. Heute will ich noch ein paar Dinge erledigen. Ich habe jetzt erstmal eine Wäsche eingestellt. Jetzt habe ich mir einen Kaffee gemacht. Ich muss sagen, ich fühle mich nicht ganz so fit irgendwie. Also, gestern war ich richtig kaputt. Ich bin schon um halb zehn eingeschlafen und hatte auch voll Kopfschmerzen und so. Und heute habe ich das immer noch ein bisschen, aber ich hoffe einfach, dass es jetzt weggeht bis morgen. Also, ich fühle mich nicht zu 100 Prozent, aber ich habe heute früh auch schon Zitronenwasser getrunken und versuche jetzt einfach, wieder komplett fit zu werden, dass ich da voll durchstarten kann. Vielleicht ist es auch einfach die Aufregung unterbewusst. Ich weiß es nicht. Und jetzt werde ich noch gleich eine Bachelorarbeit korrigieren von der Freundin. Das habe ich versprochen. Genau, deswegen gibt es jetzt hier auch noch ein bisschen Uni-Content. Ich muss da noch was einkaufen gehen. Dann treffe ich mich heute Nachmittag mit einer zum Kaffee trinken und ich will einmal zur Arbeit fahren, dass ich den Arbeitsweg morgen schon kenne. Also, eigentlich habe ich schon sehr viel vor. Ich hoffe, ihr wollt mich wieder in meinen paar Tagen begleiten und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hatte gestern keinen Kaffee. Mir hat es so gefehlt. Ich glaube, ich bin wirklich schon süchtig. Vielleicht hatte ich daher auch die Kopfschmerzen und war daher so schnell müde. Aber eigentlich ist mein Kaffee-Konsum gar nicht so hoch. Also, ich trinke einen am Tag. Ich weiß nicht. Ah ja, und was ich noch erzählen wollte, wenn ich jetzt hier schon so sitze mit euch Quatsch. Ich habe heute früh einfach gesehen, dass wir die 4000 Abonnenten geknackt haben. Und ich freue mich so sehr. Also, vielen Dank an jeden, der mich abonniert hat. Mir haben schon ein paar geschrieben, dass sie mich einfach verfolgen, seit ich nach Passau gezogen bin. Und das ist schon vier Jahre her. Und das ist wirklich krass. Oder dreieinhalb. Ne, vier. Ja. Also, danke schön an jeden, der mich abonniert hat. Und falls du meine Videos gerne schaust und mich noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr, sehr doll freuen, wenn du den Abo-Button drückst. Kostet nichts und du verpasst kein Video mehr von mir. Genau, jetzt geht es los mit der Bachelorarbeit, dass ich hier mal vorankomme. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, weil ich habe letztens auch eine Bachelorarbeit korrigiert. Und dafür habe ich schon fünf Stunden gebraucht. Aber vielleicht kann ich jetzt ein bisschen konzentrierter dran sitzen, dann geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Und dann geht es weiter. So, wir haben jetzt ein bisschen später. Ich habe mich gerade ready gemacht, mich ein bisschen geschminkt. Und ich habe jetzt die ganze Zeit die Bachelorarbeit gelesen, korrigiert. Ich wurde leider nicht fertig. Also, ich habe erst acht Zeiten geschafft. Ich bin so langsam darin, weil ich das irgendwie öfters immer durchlesen muss, bis ich es auch ganz verstehe. Und dann möchte ich ja auch ein paar Tipps geben oder, ja, keine Ahnung, irgendwie brauche ich dafür immer ewig. Deswegen schaffe ich das jetzt heute leider nicht. Aber, ja, ich mache das jetzt einfach die nächsten Tage noch fertig. Ich wollte jetzt noch kurz was essen, weil ich muss jetzt gleich los. Weil ich wollte mich vor, ähm, weil ich wollte mich vor dem Kaffee treffen. Ähm, genau, wollte ich noch einmal zur Arbeit fahren. Genau, und dahin fahre ich auch ein Stück. Und zu dem Kaffee fahre ich dann auch wieder ein Stück. Deswegen habe ich ganz schön viel Fahrzeit. Und deswegen mache ich mir jetzt was zu essen. Das war jetzt die ganze Erklärung. Wow. Ich muss nur, ah, ich muss nur kurz drüber ins Zimmer und dort mein Essen holen. Weil gestern, oh mein Gott, ich wollte eigentlich gestern schon anfangen zu filmen. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Aber, ja, wir haben eine unschöne, was heißt unschön, wirklich ekelhaft, Lebensmittelmotten gefunden. Und, ja, jetzt bekämpfen wir die gerade. Wir haben alles mit Essig sauber gemacht. Wir wollen es auch am Wochenende nochmal machen. Und, ja, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das war, die waren einfach am Wochenende da. Und ich habe mein ganzes Zeug, also die offenen Sachen habe ich entsorgt. Leider, ich hatte zum Glück noch nicht so viel. Aber, genau, die Sachen habe ich entsorgt. Und alles andere habe ich halt voll durchgeschaut. Und alles sauber gemacht. Und, genau, jetzt stehen die Lebensmittel erstmal bei mir drüben im Zimmer. Also die, die nicht gekühlt werden müssen und so. Also so Dosen-Sachen und, ja, keine Ahnung, geschlossene Nudelverpackungen und so. Weil ich das jetzt erstmal nicht mehr in den Schrank reinräumen will, weil wir erstmal schauen, ob wir auch alles erwischt haben. Sau ekelhaft. Mir war gestern den ganzen Tag auch wirklich schlecht. Aber, ja, keine Ahnung. Passiert. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir alles noch sauber machen. Äh, dass wir alles erwischt haben. Genau. Deswegen stehen die Sachen drüben in meinem Zimmer. Äh, ich mache mir jetzt nur schnell einen Snack. Ich habe einfach ein Brot oder so. Ich habe einfach ein Brot oder so. Ich bin jetzt wieder back. Wir haben jetzt kurz nach 5. Es war echt richtig schön. Ja, ich finde es richtig cool, dass ich mich durch Social Media mit so vielen Leuten connecten kann. Und, ja, dass ich so viele neue Leute kennenlernen kann. Das ist echt richtig cool. Ah ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Also erstmal bin ich zu meiner Arbeit heute gefahren, damit ich von morgen schon meinen Arbeitsweg weiß. Und ich war echt ein gutes Stück. Also es ist schon weit weg. Aber ich habe es auf jeden Fall gefunden. Und jetzt bin ich für morgen da, glaube ich, gut vorbereitet, dass ich da auch pünktlich komme. Und dann danach habe ich mich ja mit einer getroffen, die mich auch auf Instagram angeschrieben hatte. Und es war auch richtig lieb. Wir sind wirklich durch halben München gelaufen. Durch die ganze Innenstadt. Also Sandlinger Tor, Marienplatz, Englischer Garten. Wir haben so eine komplette Runde gemacht. Das war echt richtig schön. Haben uns beim Café Lodzi was geholt. Das wurde mir auch empfohlen. Genau. Der Dirty Chai Latte war richtig lecker. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt war ich noch kurz einkaufen. Ich muss aber auch wirklich sagen, ich bin jetzt so fertig. Ich glaube, ich habe jetzt 12.000 Schritte für heute. Also es war schon ein kleines Workout. Heute Abend wollte ich eigentlich Udarnudeln kochen. Aber es gab keine Udarnudeln bei uns im Supermarkt. Deswegen habe ich jetzt so Mehnudeln gekauft. Ein Brokkoli. Und noch Sojasauce und Sesamöl. Und da werde ich mir jetzt was mit kochen. Ich habe auch noch Tofu hier. Genau. Für morgen. Für die Arbeit habe ich gleich ein Brötchen noch gekauft. Da habe ich mich auch mit Ann-Kathrin drüber unterhalten. Also mit der ich mich getroffen habe. Weil sie fängt morgen zufälligerweise auch einen neuen Job an. Also sie hat morgen auch ihren ersten Arbeitstag. Und mir auch so, was nimmt man da zu essen mit? Also was Richtiges zu essen. Nur so ein Snack. Irgendwie, ich glaube schon, dass ich krass Hunger habe in der Mittagspause. Und soweit ich weiß, haben wir da auch keine Kantine oder so, dass man da was essen gehen kann. Aber mal sehen. Ich werde das alles mit der Zeit rausfinden. Aber für morgen habe ich jetzt ein Brötchen. Und dann werde ich mir noch Joghurt mit Früchten oder so mitnehmen. Das muss ich jetzt mal nach dem Abendessen ein bisschen vorbereiten. Auch so Tasche packen und so. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Essen ist fertig. Es ging echt relativ schnell. Ich habe das Essen auch schon öfter gemacht, aber eigentlich mit Reis. Aber mit Mie-Nudeln ist eigentlich auch wohl die gute Idee. Dazu gibt es eine Cola. Mir ist mir aufgefallen, dass ich auswärtslich glutenfreie Sojasoße gekauft habe. Ich habe mich im Nachhinein schon gewundert, warum das so teuer war. Jetzt weiß ich es. Perfekt. Dann halt heute glutenfrei, obwohl die Mie-Nudeln wahrscheinlich nicht glutenfrei sind, oder? Ich habe keinen Plan. Naja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Guten Morgen. Wir haben jetzt halb acht. Wie man sieht, bin ich das blühende Leben. Oh Mann, ey, ich habe heute Nacht echt nicht gut geschlafen. Ich konnte ewig nicht einschlafen. Und dann war ich zwei- oder dreimal wach. Ich bin vielleicht doch ein bisschen mehr aufgeregt, als ich dachte. Aber bis jetzt läuft der Morgen gut. Ich bin in der Zeit, wie ich es mir so vorgenommen habe. Ich mache mich jetzt noch ein bisschen ready. Und trinke dabei noch einen Smoothie. Ich habe gestern so einen grünen Smoothie gemacht. Der wurde oben schon so ein bisschen braun. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Eigentlich muss man den ja frisch machen, aber ich wollte jetzt hier nicht alle Nachbarn wecken, wenn ich da so den Mixer anmache. Genau, weil ich kann so früh einfach nichts essen. Also vor allem, wenn ich aufgeregt bin. Das geht einfach gar nicht. Deswegen dachte ich mir, kann ich an dem Smoothie noch ein bisschen trinken. Und genau, mein Plan ist, dass ich um spätestens acht Uhr das Haus verlasse. Ich habe jetzt auch schon meine Tasche fertig gepackt. Dann sehen wir mal, wie es wird. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Gestern habe ich auch noch das ganze Essen vorbereitet. Ich habe jetzt einfach ein Brötchen dabei, ein belegtes Brötchen. Und was habe ich noch dabei? Ach so, Joghurt mit Mango und Walnüssen. Ich hoffe mal, das reicht für den Tag. Und dann koche ich richtig, wenn ich zu Hause bin. Und wenn es nicht reicht, dann gibt es dort auch noch in der Nähe einen Supermarkt. Dann kann ich mir da noch was kaufen in meiner Mittagspause oder so. So Leute, ich sitze am gleichen Platz wie heute früh. Nur fertig auf jeden Fall. Ich bin so müde. Aber es war ein toller Tag. Es war wirklich so aufregend. Es waren so viele neue Eindrücke. Ich muss jetzt erst mal alles verarbeiten. Aber es hat alles gut geklappt. Ich war pünktlich dort. Und die Leute sind nett. Und ich habe mich wohl gefühlt. Also, ja, ich habe sogar auch was geschenkt bekommen. Oh, das ist jetzt voll schwer. Aber ich habe da erst noch mal Wasser reingefüllt. Und zwar habe ich diese wunderschöne Vase geschenkt bekommen. Mit Tulpen drin. Also richtig pretty. Ich stelle mir das auf jeden Fall hier auf mein Fenster drin. Und einen Pulli habe ich noch bekommen. Den habe ich aber erst mal im Büro gelassen, weil ich konnte gar nicht so viel tragen. Das war wirklich ein richtig erfolgreicher Tag. Aber ich bin jetzt absolut platt. Also, ja, ich mache mir jetzt was zu essen. Ich habe überhaupt nicht das gebraucht, was ich mitgenommen habe. Weil wir sind heute dann essen gegangen. Wir waren italienisch essen mit dem Influencer-Team und mit dem Social-Media-Team. Deswegen habe ich jetzt den Frühstück auf jeden Fall für morgen. Und das Brötchen esse ich jetzt. Und ich habe auch noch Reste von gestern. Das esse ich auch noch. Ich konnte heute früh wirklich absolut nichts essen. Also, ja, ich habe dann auch gemerkt, dass ich mittags vor dem Unterzucker war. Es war auf jeden Fall jetzt nicht so super. Also nicht so gesund. Aber jetzt weiß ich, wie dort alles so abläuft. Und es ist echt alles sehr entspannt. Und ich hoffe, dass ich jetzt dann auf jeden Fall einen geregelteren Ablauf finde. Und dann irgendwann auch so meine Gerichte finde, die ich dann dort mitnehmen kann. Soviel dazu. Ich bin heute echt richtig müde. Genau deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch so viel filmen werde. Aber ja, morgen kann ich auf jeden Fall Homeoffice machen. Das ist sehr gut. Weil dann kann ich morgen ein bisschen länger schlafen. Das ist eher eine sehr humane Woche. So zwei Tage arbeiten, zwei Tage Wochenende. Das ist super. Das kann meinetwegen auch so weitergehen. Nächste Woche geht es dann so richtig los. Heute machst du halt eher so Onboarding-Zeug. Deswegen, ja, noch sehr, sehr entspannt.